Ich weiß nicht. Hey, wie geht es dir? Hübsche Frau, sehr gut. Und dir? Hübsche Dankeschön. Hol auf jeden Fall. Schwöre ich aufs Kind. Okay. Ich schwöre nicht auf das Kind. Ich hasse das, wenn du aufs Kind schwöre. So glaubst du bei dem Thema nö. Wo bist du zu Hause? Oh mein Gott, ey. Wie alt bist du? Sind sie in Ferien? Nein. Aber in acht Tagen sind wieder Ferien. Echt? Was sind denn für Ferien? Weihnachtsferien. An den 23. in neun Tagen. Wann haben wir dabei? Ach so. Ja, fast schon. Ich dachte gerade, was redet die denn von Ferien? Ich habe schon im Kopf, wir haben nur Sommerferien. Ja, du bist glücklich. Ah, hier. Oh mein Gott, guck mal. Kennst du die Adams Family, ne? Ab 22. Kennst du auch Wednesday, ne? Ja. Ihre Mutter, es gibt einen TikTok-Kummer. Warte, nochmal. Warte mal, wann ich Geburtstag habe. Ein Mittwoch. Tschüss. Ja. 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 Vielen Dank.